Wir geben das Handy einer Person, die drei Tage nicht mehr geduscht hat. Ich gebe das Handy an eine Person, die in ihrem Leben mit mehr Kühen als Jungs gekuschelt hat. Ich gebe das Handy weiter an jemanden, der seine Verdauungsprobleme dringend mal unter die Lupe nehmen sollte. Ich gebe das Handy einer Person, die gerne einen Dreier hätte. Ich gebe das Handy an eine Person, die bald Mieter in ihre Badewanne zahlen muss. Ich gebe das Handy einer Person, die gerade schwanger ist. Ich gebe dieses Handy an Personen weiter, die komplett unterschiedlich ausschauen. Weiter, ja? Ja. Wir geben das Handy an eine Person weiter, die nur Kleider trägt. Ich gebe mein Handy weiter an das stärkste Pärchen, das ich kenne.